die untere war das so meine damen und herren die spannung steigt mario begibt sich zur burg ja das geht eigentlich klar oder was auf mit diesen fernst du mal ganz schnell frede ist tot wenn du jetzt johann noch tötest dann kriegst du den bounty hunter titel das hat mich voll nach unten gedrückt aber konnte man nicht einfach wieder hoch ich habe es ja versucht aber irgendwie war ich entweder zu unfähig und ja unfähig so ich mach das mal ja du machst das mal da könnte man sich auch noch leben holen da also versuchen ja ich krieg da in die leben also von daher schade dass man nicht einfach hier weiter rennen könnte zum ziel ich werde hier wäre der froschanzug so gut manfrede frede ist nicht unser freund du menschrede zwei leben noch ach so oh je was ist denn da rechts ach so ja jetzt bräuchte meine feuerblume oder es muss einfach nur sommer sein oh 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 okay der kotzt seine kinder wieder aus okay die tüntemama sitzt da ich Oh, ich wurde schon wieder so runtergedrückt. Ich will mal gucken, ob hier irgendwo ein Item ist. Jetzt stirbt nicht. Ich hätte das Level einfach fertig machen sollen. Hochmut kommt vor den Fall. Ach, Mann. Wobei es vielleicht ganz gut ist. Töte dich einfach dann. Töte dich jetzt. Ich muss schon wieder das eine Level machen. Ja, aber mit allem Leben ist das ein bisschen krass. Aber ich werde mich einfach killen. Also vielleicht ist es nicht ein Level präzise. Aber diese Welt ist schon krass. Ja, ich finde die auch ziemlich schwer. Muss ich ja schon sagen. Machst du 10? Das ist doch wurscht, wo ich mich sterben lasse. Ja, genau. Jetzt schaffst du das, indem du durchrennst. Schaffst du das so? Achso, ich komme ja da vorne raus. Ja. Kann ich das auch nur mal machen. Was war denn das? Ja. Mit nach oben drücken. Ja, ja. Aber jetzt weißt du... Mann, ja, das gibt's nicht. Jetzt langsam auch mal. Ja, so langsam ist das deprimierend. Was mit dich war, Mario? Was mit dir? Was mit dir? Oh, was ein Zufall. Ja. Hat bestimmt nur 3% Chancen, dass das fällt. Hui. Ich werde aber jetzt bei dem Level noch nicht das Item benutzen. Soll ich mir das für das Schloss aufheben. Ja, ja. Oh. Allerletzten Blumen. Oh. Allerletzten. Die will ich nicht in meinem Garten haben. Oh. Ach, wirft er dir automatisch drauf? Worauf? Musst du zielen mit den Dingern? Nee. Achso. Äh, ja, zielen muss man natürlich. Schon der Ego-Shooter hier. Call of Duty-Konkurrenz. Wow. Coole Sache. Wo wusstest du das? Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber... Nö, woher? Kann zum Ende schweben. Oh. Ah, ach. Aber ist gut, ich habe jetzt auch noch den Biberschwanz. Ah, ja, da kannst du sicherlich alles schaffen. Da muss jemand ins Rialbettchen. Hä, 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 hä. Das ist nur vorgetäuscht und Stress und Müdigkeit und Deprimierung. Achso. Depri macht müde. Achso. Ich muss mir jetzt... Außerdem diese Schlafmusik. Hä, die ist so tötend. Getötet. Guck mal, da fallen die Augen wieder runter. Muss ich hin? Unten, ne? Ah, ja. Zu dieser tollen Qualle. Ach, Quatsch. Noch nicht Qua... Oder Qua... Oktopus ist das ja. Keine Qualle. Ah, plötzlich... Äh! Siehst du, wie sich das runterdrückt? Äh, ja, da muss man richtig doll drücken. Ja, da musst du auch richtig schnell durch. Ja. So. Achso, was kann nur mir passieren? Ist mir doch auch passiert. Naja, stimmt schon. Boah. So, Bodenkopf Mario. Probiert das jetzt auch. Boah. So, okay. Ey, der sieht irgendwie wie Babyfrede aus. Der hat nur einen Zahn. Ich glaube nicht, dass er die ganzen Marios und Luigis von World 4 da mit diesen Zehen da essen konnte. Boah, jetzt komme ich da nicht durch. Okay, danke du Pisser. Mann, ey. Okay, jetzt schnell. Schnell, 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 schnell. Und guck mal, da ist Johannes plötzlich nicht da. Bei mir war der da. Der mag... Der mag mich. Und ich bin groß und ich habe noch den Hammeranzug. Sonst müsste ich vielleicht mal das Level schaffen. So, wenn ich sterbe, gehen ja so viele Symbole weg. Ich weiß. So, ich zeige... Ich refreshe dein Gedächtnis mit dem Level. Ich bin die laufende Kamera. Finde ich gut. Ach, das war das. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, du bist ja hier immer der, der durchrusht. Aber es ist einfach nur... Mann, ja. Ich weiß, umdrehen und so, aber krass. Ja, das sind so viele Sachen, auf die man auf einmal achten muss. Ja, ja. Hä, ich bin klein? Ich dachte, ich wäre groß. Ja, doch. Ich bin ja auch groß. Hä? Hä? Hey, wolltest du nicht dein... Ja, egal. Spaß dir auch. Ich bin ja alles groß. Okay. Renn, Kunigunde! Achso. Kunigunde? Ah, weiß ich auch. Ich erfinde manchmal einen Arm. Okay. Das ist die Duckrutschtechnik. Ach, du scheiß Kerl. Och, Mann. Ah. Aber ich glaube, wir haben genug Leben jetzt diesmal. Ah, irgendwann kriegen wir es hin. Ja. Das wär's jetzt so. Du machst alles die ganze Zeit und ich schaff's. Aber... Das Ding ist, ich kann ja nicht mal diese coole Technik am Endboss. Das kannst ja nur du. Doch, das hast du dir jetzt von mir abgeguckt. Das kannst du auch. Ich will auch mal rutschen. Wenn du rutschst, das ist so amateurhaft. Kann man auch Levels, die du gemacht hast, nochmal machen? Ich glaub nicht. Ich würde gerne nochmal Levels machen. Doch, oder irgendwie ging das. Du kannst mir irgendwie Levels wegnehmen. Ich kann dir Levels wegnehmen? Ja, kannst du ja gleich mal versuchen. Du gehst auf ein Symbol von mir und drückst dann mal Level starten. Na, was bringt das? Keine Ahnung. Dann steht der Schatten M1L, wenn du gegen mich gewinnst. Weißt du was? Ich glaube, ich schaff das nicht. Ich mach eine sinnvolle Ausgabe. Ich mach... Ah, nee. Oder auch nicht. Nee. Kannst du's töten? Kannst du einen Geist mit Hammern töten? Weiß ich nicht. Ich probier's einfach mal. Goll. Logik. Episch. Okay, ganz ruhig hier. Ja, toll. Genau. Das weiß ich nicht. Den kann man wirklich damit töten. Boah. Oh mein Gott. Oh, wie fies, Mann. Dein Ernst? Ich glaub das nicht. Oh. Oh, was soll das denn hier? Das ist ein Fahrstuhl. Oh mein Gott. Scheiße, ich bin nur noch klein. Okay, aber du müsstest es schaffen. Das ist so wichtig. Oh, so wichtig. Meine Güte. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Oh. Mein Herz, ey.